Großes Risiko Sonnenuntergang, Tiere, Unfälle, jeder zweite Autofahrer unter 30 Jahren fotografiert während des Fahrens schon mal mit der Handy-Kamera. Das hat eine alarmierende Umfrage unter Österreichern ergeben. Auch die Älteren greifen demnach gerne zu, um Schnappschüsse zu machen, auch von Unfall-Szenen. Dies berichtete der österreichische Autobahnbetreiber Asfinak und stützte sich auf eine repräsentative Studie. Insgesamt habe hier der dritte Autofahrer gesagt, er habe bereits am Steuersitzen fotografiert oder gefilmt. Besonders beliebt sind nach der Umfrage des IFES-Instituts Naturereignisse. 19% sehr gut 1000 Befragten drückten dabei während des Fahrens schon mal auf den Auslöser. 14% knipsten Tiere und Landschaften, 9% schöne Autos. Ablenkung ist die häufigste Ursache von tödlichen Unfällen auf Autobahnen, warnte der Geschäftsführer von Asfinak, Stefan Siebele. Wer während der Fahrt mit dem Handy sogar fotografiert oder filmt, geht ein enormes Risiko ein.